Willkommen auf EduStat, das Sieg zu den offiziellen Dornen und Statistiken über das lizebäuerische Schulsystem. Ziel von dieser Seite ist, einfach ein sehr zuhören zum Schulsystem zu publizieren und zugänglich zu machen. Und dort für die verschiedenen Zielgruppen. Für Schulresponsable, Agenten vom Minister, Alten, Forschungsinstitute und so weiter. An diesem Video feiere mich ihr Janke ja durch das Sieg. Für sich können nun die verschiedenen Besoins vom Lektor zu richten, sind Informationen auf drei Niveau präsentiert gehen, mit mehr allgemeinen oder mehr spezifischen Zölen. Die Kapitel Schiffre Klee, wie du nun mal seht, stellt allgemeine Statistiken zum lizebäuerische Schulsystem für, ideal für einen schnellen Überblick zu kriegen. Hier findet ihr zum Beispiel Zölen zu der Unzöel an den verschiedenen Schulformen, den Diploma oder nach dem Sprachen am Migrationskontext. Ihr könnt auch die passende Flyer dazu auflösen. Nur in einem ersten Ableck an einer mehr generellen Präsentation von den Zölen könnt ihr dann an der Rubrik Statistik global mehr genau und detailliert Informationen lesen. Statistiken sind heute nur Anseignements Fundamentals und Anseignements Sekundär ausgedeilt, mit jeweils einer Reihe Önerrubriken. Für alle Önerrubriken fanden die passenden Statistiken und könnt einfach von einer Rubrik auf die Öner switchen. Als Scholleiter könnt ihr an eurem Dashboard ganz spezifisch Dornien abrufen. Da fanden ihr sowohl Nationaldornien, wie auch Dornien zu ihrer Schule geschützt durch eine gesicherte Axte mit ihrem IAM. Den Edustadt bietet aber noch mehr, wie neue Statistiken zum lizebäuerische Schulsystem. Wir fanden auch ein Reihe thematische Artikeln zu den Bildungsdornien und methodischen Hilfstellungen rund um den Umgang mit den Daten. Ömerum gehen neue Artikel publiziert, zeigt also nicht, wie regelmässig gucken zu kommen. Natürlich fanden ihr auch weiterhin aus Publikationen, der dir am PDF-Format auflösen könnt. Soll dir nur eine Donner-Situation, die nicht um Edustadt präsentiert gehen, da könnt ihr euch natürlich gerne bei euch melden, indem sie euch ganz einfach eine Mail schickt um statistik-as-at-mann.lu. Oder über diese Kontaktformulär. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Durchklicken. you